Und nach langem ist es endlich mal wieder soweit. Willkommen zurück zu Big Farm Stories. Es gab einiges zu entdecken jetzt in letzter Zeit, aber ich hatte nicht die Zeit dazu, wirklich hier aktiv was zu bewirken, beziehungsweise aktiv Aufnahmen zu machen. Und ich dachte mir auch, gut, das Multiplayer-Update, da kann ich ein bisschen Zeit verstreichen lassen, weil Multiplayer-technisch jetzt hier halt irgendwas zu machen. Ihr seht es ja hier schon, Einladen und Nachrichten. Man kann es ja nicht wegklicken, geil. Ach doch, wieder draufklicken. So, hat es sich irgendwas an den Preisen geändert? Hä, was? Ah, er zoomt weg und zoomt ran. Schöne Lösung, muss ich schon mal sagen. Finde ich ganz nett. Hat sich hier irgendwas an den Werten geändert? Mein Inventar ist voll. Gucken wir doch mal ganz kurz bei I. Was hat sich denn bei I geändert? Wir haben hier keine neuen Sachen. Oder? Könnte vielleicht doch sein. Hier haben wir auch nichts Neues. Haben wir hier was Neues? Nö, haben wir auch nichts Neues. Haben wir hier bei Essen was Neues? Nein! Was haben wir da? Falls du jemals auf leckeres Essen stoßen solltest, wäre dies hier der perfekte Ort, um es aufzubewahren. Okay. Hm, was haben wir da? Jetzt bin ich schockiert. Jetzt bin ich sowas von schockiert, dass sie sowas machen. Denn sowas finde ich dann echt bei einem Spiel, was, ich sag jetzt mal, kostenpflichtig ist, schon fragwürdig. Weil, sind wir ehrlich, das ist ein No-Go. Echtgeldtransaktionen in einem Spiel, was in einer Alpha ist? Und, nee. Sowas geht einfach nicht. Sowas, äh, sollte man definitiv nicht machen. Ist der Kürbis neu? Ich meine, ich brauche noch 30.000, um hier weiter vorwärts zu kommen. Und das finde ich jetzt gerade echt schockierend. Aber Shashira Klane Otzwickte Oh, Rita ist da. Ich habe deine neue Brille mitgebracht. Ähm, ähm. Endlich. Tropley. Hier hat auf Neu... Tropley hier hat auf Neuigkeiten von Walter gewartet. Walter? Ich verstehe nicht, was deine Brille mit ihm zu tun hat. Ähm, mein Opa vermisst... Äh, wird vermisst und Mathilda hat einen Brief von ihm, den sie ohne Brille nicht lesen konnte. Vermisst? Seltsam. Ich bin übrigens Rita. Rita Mercury, lokale Reporterin. Okay, okay. Lass mich das jetzt mal lesen. Liebe Mathilda, es ist fertig. Ich bin vorbereitet. Habe fast alles im Wald gefunden. Und den Rest im rostigen Haken gekauft. Kaum zu glauben, dass... Alles mit diesem Kochmagazin begann. Das Leben ist zu kurz, Mathilda. Hm. Das ist alles komisch. Oh, wie aufregend. Das ist die Art von Geschichte, die meine Zeitung braucht. Aufregend? Mein Großvater wird vermisst. Ich mache mir Sorgen um ihn. Aber vielleicht stellt er uns dieses Rätsel mit Absicht. Es geht ihm gewiss gut, nicht wahr, Mathilda? Walter geht es immer gut. Da bin ich mir sicher. Aber dieser Brief ergibt nicht viel Sinn. Ich stelle Nachforschung über die Hinweise an. Komm zu meinem Caravan, sobald du bereit bist, darüber zu reden. Das ist also jetzt hier ein allgemeiner Umschlagplatz geworden. Okay. Die laufen alle wie verrückt umher. Und der hat auch schon wieder neue Sachen. Na, Hallöchen. Was möchtest du? Wie war das Formular? Hallo, Herr Bürgermeister Connor. Wie geht's? Hey, Trupple. Ich hab ja gerade an dich gedacht. Da du die Farben deines Großvaters übernimmst, müssten einige Formulare angepasst werden. Was für Formulare. Nur die Farbenregistrierung und das du jetzt hier einziehst. Kannst du das hier bitte zu Amelia bringen? Zu Amelia? Ja, wie sie mich nur gerne ständig daran erinnert, dass sie die Bürgervertreterin ist. Und sie muss das auch noch unterzeichnen. Okay, dann bringe ich es ihr. Komm danach gleich zurück. Ich hab dann noch ein paar spannende Informationen für dich. So, aber wo ist jetzt der Caravan? Da oben kann man jetzt auch was kaufen. Da ist der Caravan. Hi, was gibt es? Hast du schon über die Hinweise nachgedacht? So, so. Hallo, Detektiv Trupple. Bist du bereit, deinen inneren Spürhund zu entfesseln? Äh, eigentlich meinen inneren Schweinhund. Witzig, aber du solltest diese Energie besser darauf konzentrieren, dieses Rätsel zu lösen. So, Walter hat uns drei Hinweise hinterlassen. Das Kochmagazin, Einkäufe beim röstigen Haken und ein Besuch im Wald. Es gibt nur eine Person auf dieser Insel, die uns etwas über das Kochmagazin sagen kann. Claire Cuisine. Wo kann ich Claire finden? Claire wird in diesem Restaurant Petit Four neben dem Restaurant sein. Und wegen dem zum röstigen Haken? Zum röstigen Haken ist ein Fischerladen unten am Stand. Dort solltest du vorbeischauen und nach den Einkäufen fragen, die Walter erwähnt hat. Oh, aber du kannst da jetzt nicht hingehen. Der Strand ist noch geschlossen. Und im Wald? Der Wald ist groß und es gab diesen Sturm, also brauchen wir die Hilfe eines Fährtenlesers. Es gibt einen Fährtenleser in der Stadt? Natürlich, den besten Ezra, der Hund und Shepard. Äh, der Hund der Shepards. Bring Walter's Briefumschlag zu Ezra. Er sollte für ihn ausreichen, seinen Geruch aufzunehmen. Komm zu mir zurück, sobald du mehr über die Hinweise herausgefunden hast. Nun aber los mit dir und folge den Spuren. Das Spiel ist im Gange. Wie wenig XP man hier bekommt. Also, der Strand ist noch gesperrt. Das heißt, am Strand wird es dann irgendwann weitergehen. Wir kriegen nicht alle Hinweise. Oh Mann. Sie möchte den Brief unterzeichnet haben. Hallo, was kann ich für dich tun? Hier das Formular. Hi, Amelia. Bürgermeister Connor hat mir dieses Formular mitgegeben. Hat er? Ich bin überrascht, dass er sich daran hält. Er mag es nicht, wenn ich mich in die Stadtangelegenheiten einmische. Aber egal. So, das war schon alles unterschrieben. Oh, und bevor du gehst. Nun, da du registriert bist, wie wär's, wenn du noch nach deinen Freunden Ausschau hältst? Neue Freunde? Ja, unsere Gemeinschaft wird stärker. Je mehr Nachbarn eine gute Freundschaft pflegen. Viele Leute ziehen in die Gegend. Du kannst im Städtchen nach einem Ausschau halten. Okay, das mache ich. Danke. Du kannst auch Connor fragen, wenn du noch mehr Hilfe benötigst. Und wenn du neue Freunde gefunden hast, dann erzähl ihm davon. Er wird das gerne hören wollen. Ja, das ist dann halt der Multiplayer-Modus, der dann hier wahrscheinlich angeteasert wurde. Aber wir suchen ja jetzt den Hund. Er wird aufgeregt mit dem Schwanz und schaut dich glücklich an. Hallo, Hannah. Hallo, Levi. Wie geht's mit dem Bein? Ach, das ist schon viel besser. Danke. Ezra, Troplay, du hast bestimmt schon den tollsten Hund der ganzen Welt getroffen, oder? Nicht offiziell. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen, Ezra. Ich habe gehört, er weiß, wie man Pferden liest. Na klar. Nicht wahr, guter Junge? Mein Opa ist immer noch verschwunden, aber ich habe diesen Brief hier. Könnte Ezra seinen Geruch im Wald auch spüren? Vielleicht, lass es uns versuchen. Das ist fast wie eine Schatzsuche. Aber der Schatz ist Troplays Großvater. Hier, Ezra, guter Junge. Wo ist der Großvater? Finde den Großvater, Junge. Wuff, 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 wuff. Da läuft er. Ein echter Schatzsuche. Yay. Los, folgen wir ihm. Ich folge ihm. Schön einfach verschwinden. Und jetzt suchen sie ihn. Aber hier ist das schon mal nicht. Haben sie hier schon was geändert? Da haben sie leider nichts geändert. Auch nicht an der XP-Anzeige. Für ein Minispiel. Oh, da. Da ist er. Guter Junge, was hast du? Wuff. Ich glaube, er zeigt in die Richtung der Insel im See. Aber wie kommen wir dorthin? Es ist zu weit weg, um hinzuschwimmen. Wir benutzen ein Boot, Dummi. Hey, ich bin kein Dummi. Du bist einer. Außerdem ist das Boot kaputt. Es sieht wirklich ziemlich kaputt aus. Wir können es reparieren. Ich repariere mit meinem Vater dauernd Dinge. Lass mich es einmal genauer ansehen. Es sieht nicht allzu schlimm aus. Und hier ist etwas Holz. Damit kann ich den Flicken schon mal beginnen. Ich hoffe wirklich, dass du es reparieren kannst, Levi. Ich will nicht auf dem halben Weg zur Insel versinken. Wir werden nicht sinken. Ich bin mir sicher, dass es klappt. Richtig, Levi? Los, lass uns zusammenflicken. Yay, gemeinsam wird es ein Klacks. Ich fange dann schon mal an. Aber wir brauchen noch Sachen. Zum Beispiel mehr Holz und so ein Kram. Alles klar, ich besorge die Sachen, die wir brauchen. Ihr beide bleibt hier mit Ezra. Ich habe eigentlich alles da, ne? Ja. So schnell kann man ein Boot reparieren. Ihr glaubt es kaum. Siehst du? Ich habe dir doch gesagt, dass ich es schaffe. Wenn es untergeht, sage ich es Papa. Es wird nicht sinken. Okay, ihr zwei. Alle an Bord. Beste Schatzsuche aller Zeiten. Neurwurfsinsel. Und 300 XP. Na, das ist doch schon mal schön. Hey, warte. Los, hinterher. Oh, Leute. Wir haben endlich mal ein neues Gebiet. Dass ich das erleben darf. Oh, und die Steine klingen anders. Bringt zwar immer noch nicht mehr, aber hey, hier haben wir mehr Steine zum Sammeln. Jedenfalls wirkt es erstmal so auf den ersten Anschein. Aber man muss auch sagen, so groß wirkt die Insel gar nicht aus der Ferne. Was man hier alles sammeln kann. Beim Hölz auch nochmal drauf achten. Ne, das klingt gleich. Ich muss wieder den Hund finden. Super. Kann ranzoomen, aber nicht wegzoomen. Schade. Ja, die Steine nehme ich natürlich mit. Oh, da ist eine Truhe. Karpfen. Na, super. Okay, neues Gebiet heißt neue Truhen. Das Gebiet scheint auch ein bisschen größer zu sein als die anderen Gebiete. So vom ersten Gefühl her. Aber das hat ja nur nichts zu bedeuten. Da ist die nächste Truhe. Ah, die Kanten hier sind nicht schön. Irgendeine Anzahl an Leckerlis. Ja, und ich sag ja, es ist immer noch nicht gepatcht, dass man hier mit drei perfekten Schlägen das kaputt macht. Ist anscheinend ein zu großer Aufwand. Oh, eine Katze? Er ist hier bei dem großen Stein. Da sitzt etwas drauf. Oh nein. Es ist Shady. Wie ist denn bitte schon Shady da hingekommen? Wenn sich mein Opa nicht zufällig hinter diesem Stein versteckt, dann scheint das eine Sackgasse zu sein. Für einen echten Abenteuer gibt es keine Sackgassen. Schärft eure Sinne. Seht nur, da ist etwas unter Shadys Pfoten. Vielleicht komm ich ran. Gutes Mädchen, Shady. Braves Mädchen. Kann ich nur mal... Oh, die faucht. Versuche ihr Fische zu geben. Katzen lieben Fische. Ist jetzt halt die Frage, was für einen Fisch will sie überhaupt haben. Irgendwas hat das Schwein entdeckt. Steine. Oliole. Na, okay. Sie würdigt dich eines kurzen Seitenblickes, wirkt aber eher desinteressiert. Was? Mann. Die Fische kriege ich doch nur bei Nacht. Ihr kriegt doch nur Karpfen. Was soll denn das? Kann ich hier noch außen lang? Okay, hier kann ich außen lang. Und da ist auch noch eine Truhe. Und ich hab noch irgendwas anderes gefunden, wo ich aber noch nicht weiß, was es ist. Muss ich irgendwo Fische herbekommen? Ja super, muss ich das Ganze mal bei Nacht hier absuchen. Aber jedenfalls ein weiterer Platz, wo man jetzt ein paar Ressourcen farmen kann. Ob man die jetzt wirklich so braucht oder nicht. Hm. Jetzt halt mal dahingestellt, weil... Man kann ja jetzt alles Pechtgeld kaufen. Also von dem her, hey, was soll's. Warum nicht? Lass die Kinder jetzt einfach mal alleine auf der Insel. Bin einfach mal weg und tschüss. Ja, jetzt muss ich bis zur Nacht warten, um dort dann entsprechend die Karpfen zu holen. Ob das Ganze Sinn macht? Hm. Ich find's schade, dass sie hier diese Höhle nicht geöffnet haben. So von wegen mit einer riesengroßen Explosion. Was ich auch cool finde, da ist die Insel irgendwo hier. So einen Steinweg gibt es gar nicht in der Richtung. Also es war nicht gut abgestimmt, was das Ganze angeht. Mit der Geschichte und der Insel. Das war einfach mal schnell hergeholt. Was ich ein bisschen schade finde. Weil man sieht den See. Der See ist klein, da müsste er größer sein, dass man das vielleicht so wahrnehmen könnte. Und die Insel wirkt halt wirklich wie auf so einem Meer. Und das ist halt dann nicht stimmig. Aber egal, wir sind in einem neuen Bereich. Damit bin ich schon mal extrem glücklich. Es gibt mehr zu entdecken, mehr zum Sammeln. Und man kommt dann teilweise, gerade am Anfang, schneller nach vorne. Beispielsweise auch, um Sachen zu verkaufen. Bei Mathilda. Dann wollen wir aber jetzt noch ganz kurz das liebe, nette Formular zurückbringen. Was man uns ja vertrauensvollerweise zur Verfügung gestellt hat. Oh, die haben allgemein ein bisschen an den Sounds gearbeitet. Finde ich schön. Oh, hier haben sie auch farblich das Ganze ein bisschen angepasst. Ui. Und ich habe immer noch nie so Premium-Futter gesehen. Ah, Edith ist schon zu Ende. Toll, Edith. Bist eine schlechte. Äh, schlechte Ente, wollte ich sagen. Schlechtes Huhn. So. Aber die Ente, die ist glücklich. Das ist wichtig. Und ist jetzt auch auf Level 10. Und wirfst jetzt mehr Federn ab. Nein. Ach so, weil du noch ein Level kannst. Okay. So, wir sammeln hier, wie gesagt, noch einmal ganz kurz ein bisschen was ein. Kein Platz mehr. Fischtechnisch habe ich auch keinen Platz mehr. Regenbogen, Forelle und Karpfen waren nichts mehr da. Dass es irgendwo gepasst hätte. Gänseblümchen auch nicht. Ah, der Zoom kann schon so ein bisschen nerven. Ich hatte irgendwas noch ins Inventar bekommen, was ich noch nicht ganz eindeutig feststellen konnte, was das sein sollte. Gummettaler. Ich brauche nur noch 10 Gummettaler, um mir besondere Zutaten vom Petit vorzukaufen. Okay, da müssen wir jetzt auch mal hin. Petit vor. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Aber ich habe doch jetzt das Formular ausgefüllt für ihn. Wo kann ich neue Freunde finden? Ah, Trupple, du bist zurück. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen, wie du neue Freunde in der Stadt finden kannst. Oh, Amelia hat mir davon schon erzählt. Was? Diese Frau, die vergisst manchmal ihren Platz. Nun, ähm, sie hat gesagt, ich soll dich fragen, wenn ich irgendwelche Fragen habe. Pff. Ich meine ja, natürlich. Was würdest du gerne wissen? Wo kann ich neue Freunde treffen? Das Stadtzentrum ist ein großartiger Ort, um neue Gesichter zu sehen. Hier kannst du mit anderen Leuten reden. Und wenn du dich dann mit anderen befreunden willst, dann kannst du das entweder direkt hier machen, oder du schaust in dein Adressbuch und lädst sie darüber ein, ihre Daten einzutragen. Gespräch beenden. Und welches ist das Petit 4? Zum rostigen Haken. Ach, das da. Ah, ganz deutlich. Salut, wie geht's dir heute? Wie es weitergeht, das erfahrt ihr natürlich erst im nächsten Part, wie ich schon sagte. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Trohaut rein. Tschö, tschö. Tschö.